Die Bhagavad-Gita, Einleitung Die Bhagavad-Gita, der Gesang des Herrn, ist einer der großen Texte der religiösen Weltliteratur. Die Gita wurzelt im Hinduismus, genauer in dem Epos Mahabharata und den geschichtlichen Ereignissen, die darin verarbeitet werden. Wohl um 200 v. Chr. entstanden, spiegeln sich in der Gita die Anschauungen über die Welt, das Handeln des Menschen, den Sittenkodex, die einzelnen Kasten usw. jener Zeit wieder. Gleichzeitig aber transzendiert der Text den Kontext. Die Gita ist einer der wenigen Texte des Hinduismus, die nicht an eine spezifische kultische Tradition, eine bestimmte Kaste oder eine besondere Philosophie gebunden sind. Somit konnte die Gita den gesamten Hinduismus erfassen und durchdringen. Sie wird von den frommen Hindus täglich rezitiert, viel erkennenden Text auswendig. Ob Jivaiten, Vishnuiten, Menschen aus hohen oder niedrigen Kasten. Für alle ist die Gita Quelle tiefster Inspiration. Sie ist eine Synthese so unterschiedlicher Inhalte wie der des kultischen Opferns, der monastischen Entsagung und der mutigen Tat. Einzelne Verse, vor allem Kapitel 8, 5, werden den Sterbenden ins Ohr gesprochen. So hat die Gita in Indien eine Wirkungsgeschichte entfalten können, die beispiellos und unvergleichlich ist. Mehr noch, seit die Gita über Indien hinaus bekannt wurde, bereits Al-Biruni 973 bis 1048, der Universalgelehrte und Historiker von Koressem, kannte und schätzte sie. Hat sie auch tiefe Spuren in anderen Kulturen hinterlassen. Charles Wilkins brachte 1785 eine erste englische Übersetzung heraus. 1823 konnte August Wilhelm von Schlegel eine lateinische Übertragung vorstellen, der bereits mehrere Manuskripte zugrunde lagen. Seither zählt man über 2000 Übersetzungen in mehr als 70 Sprachen. Damit dürfte die Gita nach der Bibel das am häufigste übersetzte Buch der Weltliteratur sein. Die Gita gehört in Indien zwar formal nicht zur Shruti, den offenbarten Hymnen der Vedas, die unbedingt der Gültigkeit beanspruchen. Aber als Smriti-Text, in dem gleichsam der Nachheil des göttlichen Wortes erinnert wird, setzt die Gita Maßstäbe, die die hinduistische Frömmigkeit unvergleichlich prägen. Zumal sie als Selbstoffenbarung Krishnas an Arjuna höchste Autorität beanspruchen darf. Shankara, der bedeutende Vedanta-Philosoph um 800 n. Chr., preist die Gita am Anfang seines Kommentars. Denn sie enthalte die Quinessenz der Vedas und das, was sie lehrt, führe mit Gewissheit zur Befreiung des Menschen. Moksha Untertitelung des ZDF, 2020